Brothers do yas, willkommen bei LS19. Was hätten Sie gern? Äh, ich hätt gern einen... ...einmal guten Content. Nicht zu aufwendig. Von YouTubern, die jetzt nicht die größten sind. Das haben wir leider nicht, weil... ...sobald ich's dabei und ich bin komplett empfieh, sowas geht's für uns leider nicht. Aber dafür herzlich willkommen bei der zweiten Folge LS19. Hallo! Also ich bin da zwar auch dabei, aber ich denke ich auf diese Folge werde den nicht auf meinem Kanal sehen. Aber auf meinen natürlich. Ähm, ja, so, was steht denn heute auf dem Plan? Heute auf dem Plan steht, du nimmst einmal, also du zeigst mir den New Holland Treffer ein. Äh... ...weil den blauen Kasten da vorne. Ja... ...und fährst damit zu Feld 2. Zu Feld 2. Ja. Also angekoppelt hast du schon? Gut. So, ich mach mit Pressure... ...auf... ...und mit... ...zwei... ...liegt... ...äh... ...relativ nicht... ...äh... ...relativ nicht genau. Ja, also die erste Folge sah ihr ja bald bei uns auf, äh, unserem Kanal. Und die kann am 7. hoch. Diese Folge, die wird am 12. Das wisst ihr aber auch selbst, wenn die hochkommt. Ähm, im Dezember. Und das heißt, die Hälfte der Advent-Set ist um, in 12 Tagen ist Weihnachten! Und die Frage ist schon, äh, an euch, hab ich jetzt gleich gefragt. Habt ihr schon, äh, Teile aufgestellt oder nicht? Bei mir war's so, ich hab mich schon, ähm... ...ersten Dezember aufgestellt, weil wir eine Kunststelle haben, weil ich fahr immer nach Weihnachten frei. Ich fahr jetzt Urlaub nach Bayern! Und, ähm... Dann lohnt sich nicht nur ein echter Tankton am 3. Advent, da haben wir nichts davon. Und der Kunststelle Baum... ...der ist schon, schon besser. Ja. Und der ist auch noch nicht... ...schlau. Ja. Ich glaub, ich bin vorbeigefahren? Ja, also fast. Komm, jetzt muss man schauen und dann fahren wir an die Tour. Ich glaub, ich bin fast vorbeigefahren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich fahr jetzt den nächsten Pettweg rein, dann fahr ich direkt auf unserem Hof zu. Warte mal, ähm... Ich muss gleich den... ...Kippa... ...ich schüppel den anderen an. Weil... ...über den Schein kann man... So, hier ist die Einfahrt unserer Hofes. Der mexikanischen Map. Das muss auch sein, wenn ich mag nicht. So. Dann einmal rechts rum. Dann einmal rechts rum. Haben wir auch geschafft. Einmal links rum. Ja, ich muss ein bisschen hochfahren, ne? Um uns nachher zu kommen. Das liegt ja höher gelegen. So. Und... Rechts davon ist es. Dann fahr ich mal... Rechts davon ran, ne? Ganz der Störung ran oder aus? Immer noch. Rechts. Hier, wo ich stehe. Ey! Andere Seite! Ja, ich muss nur die Anhalte, meine... ...Warte abkommen, oder? Was soll ich denn jetzt holen? Ich kann schon mal in den gelben... ...gelben... ...Ranzade einfach... Und dann das Schneidewerk mitnehmen, oder den... ...Ranzade einfach checken. Lass es nicht mehr nehmen? Den blauen Anhänger. Und damit dann einfach so... Was heißt denn das blau... Was macht so ein blau Anhänger denn? Verlade quasi. Aha. Ja. Hey! Der kann schon... ...die blau Anhänger... ...und dann schütze jetzt auf... Heide, der ist er wenn nicht. Nehm... ...und dann... ...den wir müssen sie raus und dann... ...und dann... ...dann die blau Anhänger steht. Wir sind ein bisschen schwimmchen dran. ...und was... Ich habe... Ich hab nicht verstanden, weil du ein bisschen... ...leise redest. Weil wir ein bisschen zu laut und... ...laut... ...laut reden. Ja... ...und... Mit객n... Ach so... ..lein... Ja. Das ist wirklich schön. Anhenna, äh... Weißten, Anhenna, ein Kupferland? Ja. Ich schalte nur nach dem Wandel. Aber ich hatte die Patsache. Ach so, ja, weil ich habe die Schaufel abgekoppelt. So, dann gehts jetzt ab. Weißt du was? Du musst mal eh nur die Schaufel. Warte noch nicht fahren, hab ich was. Ich muss. Jetzt lass mich! Ja. Du kannst doch schon mal sehen. Du kannst doch schon mal weiterfahren. Ja, ich fang schon mal an. Ja, fang schon mal an und du sie was Produktives. Ja. Diese Folge versuche ich nur auf ne halbe Stunde zu fahren, obwohl das nicht geht. Aber wenn, dann fahren wir aus Scream weiter. Ich meine, das bliegt auch nicht, wenn ich jetzt hier 5 Minuten aufnehme. Und, äh... Ja, so boy, da... Nix aufnimmt, das bliegt nicht. Aber in dem Fall, ich versuche es aber wahrscheinlich schafft das nicht. Ich bin aber auch gleich da beim Feld 2. Aber der Wagen fährt echt ein bisschen langsam. Nee, Mensch. Trecker mit Anhänger ist schon wieder gefahren. Doch. Der wäre mit 3,40 gefahren. Aber wir haben älteren Trecker, deswegen fährt der ein bisschen langsamer. Ja. Ja, ohne Schaufel und alles, ne? Ja, ohne Schaufel und alles, ne? Ja, ohne Schaufel und alles, ne? Ja und ich würde sagen, dass wir uns in einen Dauer mit schneiden, ich glaube in einem Zeitraum sehen wir uns, wenn das Feld fertig ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020